Musik 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 Das Team besteht aus ca. 15 bis 20 Leuten. Was das Team ausmacht, ist tatsächlich ein ganz toller Zusammenhalt in dem Team, wo man das Gefühl hat, dass wirklich jeder sein Bestes gibt und wirklich ein toller Film am Ende des Ganzen steht. Musik Das ist ein rein kreatives Design-Unit, wo wir Figuren designen, Storyboards designen und hier dann auch die Basis schaffen für das, was dann später in der Innovation passieren wird. Musik 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 Basis des Ganzen ist das Drehbuch, wo wir jetzt einfach mal Text haben und der Job ist es, das Ganze visuell umzusetzen. Wie bewegen sich die Figuren? Wer sagt was? Das Ganze wird dann weitergegeben an den Storyboarder. Der Storyboarder entwickelt dann auf Basis dessen das finale Storyboard, wo in Gesprächen nochmal rumüberlegt wird, so ist es lustiger. Oft entstehen dann Gags auch einfach dadurch, dass man so ein bisschen rumblödelt. Musik Musik Der Animatic ist das zusammengeschnittene Storyboard. Das Storyboard, die gezeichneten Bilder, werden in einem Schnittprogramm zusammengeschnitten und getimt auf Länge gebracht. Und daran kann man dann wirklich sehen, funktioniert der Film schon, funktioniert er nicht, hat der dramaturgische Hänger an einer bestimmten Stelle, kommen wir auf die richtige Länge. Musik 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 Und wenn die Dinge, die man vorher kreiert, dann tatsächlich auf dieser Leinwand vor einem erscheinen und man merkt, man ist ein Teil von dem Ganzen, das motiviert sehr. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020